Liebe Zuseher von Landeck TV, herzlich willkommen zur Weihnachtssendung und zur Weihnachtsbotschaft, aufgenommen im Schloss Landeck. Wir wünschen frohe Weihnachten. Jetzt ist der rauhe Winter da, dem sehr knab und war dumm. In Bergen senkt der Rauflust her, im Kondoschein Chorzun. Man hört Chorvogal pfeifen, man sehr knab und kler, Chorbrändelguckenleiten, Chorgansern auftauchen. Viel Glück, liebe Hausleid, zum Klöpfen von der Born. Es gibt ja all die Weihnachtszeit, so gladenreich und froh. Ihr Zorgerleid und grüßenggut und wünschen dich wohl gern für Haus und Stolp und Vosnogreit am rechten Gorkenstern. Für Haus und Stolp und Vosnogreit am rechten Gorkenstern. Für Haus und Stolp und Vosnogreit am rechten Gorkenstern. Für Haus und Stolp und Vosnogreit So,